Das Konzert- und Kongresshaus ist ein Haus in wunderschöner Lage. Es wird vor allem ein Haus werden für alle, wo viele Veranstaltungen, wo man jetzt noch wegfahren muss, auch konstant stattfinden können. Nicht nur Philharmonie, sondern auch Popveranstaltungen, Kulturveranstaltungen, Initiativen können dort rein. Die Lage ist wunderbar, direkt am See, an der Bucht. Und wir werben das Gelände auf. Das Konzert.